Guten Tag, mein Name ist Matthias Retzer. Ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie und Dozent an den Paracelsusschulen. Ich möchte Ihnen mein Seminar Paartherapie vorstellen, das an zwölf Wochenenden stattfindet und sich über ein Jahr erstreckt. Paartherapie ist, wie Hans Jeluschek, der bekannte Paartherapeut mal sagte, die Königsdisziplin der Psychotherapie. Denn statt einem Klienten, auf dem man sich konzentrieren kann, hat man zwei vor sich sitzen und den beiden gerecht zu werden, ist gar nicht so einfach. Im Gegensatz zur Einzeltherapie, wo die Nähe zum Klienten, die Empathie der wesentliche Faktor ist, ist in der Paartherapie Neutralität das Zauberwort. Nun ist Neutralität ja gar nicht so einfach herzustellen, denn wenn einem zwei Menschen gegenüber sitzen, ist es eigentlich ganz normal, dass einem einer davon etwas sympathischer ist als der andere. Deswegen ist ein wesentlicher Teil dieses Seminars, wie man Neutralität fühlbar macht, sprich für den Klienten erlebbar. Und diese Techniken bilden den Grundstock des Seminars. Neutralität ist die Basis, aber natürlich nicht das einzige, was wir unterrichten in diesem Seminar. Genauso wichtig ist Gesprächsführung, auch Techniken der Deeskalation und allgemein Kommunikation und Kommunikationsverbesserung. Die Basis dieses Seminars bilden systemische Ansätze. Zusätzlich verwende ich gestalttherapeutische, verhaltenstherapeutische und transaktionsanalytische Verfahren. Ich bin natürlich selbst in meiner eigenen Praxis als systemisch integrativer Paartherapeut tätig und würde mich sehr freuen, diese Erfahrungen mit Ihnen an der Paracelsus-Schule teilen zu können.